Ok, und dann weiß ich nicht, ob wir den Turm hier schon hatten. Warte. Alter, ganz schlecht. Okay, das sollten wir vielleicht doch nicht immer machen. So, was sehen wir denn? Wir sind neben dem. Jetzt ist es, wir müssen es nach oben buddeln. Okay, ich glaube, das meine ich doch nicht nochmal. Warte, ob ich mich verarsche, wer wüscht denn der bitte? Da kommt Erde. Ich sehe hier so gut wie gar nichts. So. Oh, das Opfer. Der Turm. Digi, na gut. Hä, was ist denn das von dem Turm? What? Okay. Oh, Giftspinnen, noch ne Giftspinnen, wo ich sieh. Oh my God. What? Die Joey, das ist nicht everybody. Was? Oh my God. das Gr Corinthian. Nein, ich werde mit dem Husband gebrauchen lassen. Das Helix gehabt. Was? Krebs nicht Ich muss auf meine Rüstung unbedingt Haltbarkeit drauf machen So viel weiß ich dass ich das machen muss Ja komm, ja komm Nein, nie schon wieder Lock mich hier rein Was? Weg, 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 weg Oh mein Gott Hier ist ja auch noch ein Spawner Huuuuh, verpiss dich, Alter Zombie Noch ein Zombie Noch ein Zombie Jetzt war es es aber Schlecht Oh, ich habe verschossen Oh, was ist denn das? Stone Shield Hört sich ja schon gut an Puh Puh Huuuuh Zombie Glitterrüstung Huuuuh Huuuuh Gift Spinne, Gift Spinne, Gift Spinne Huuuuh Huuuuh Alter Huuuuh Mama So, jetzt spawnt hier nix, jetzt spawnt hier nix Okay, gut Ich bin ja echt gespannt wie ich hier diese Scheiß Oh, ich sehe es Komm her Wie ich diese Scheiß Tiefrüstung ähm reparieren kann Oh, die Zombies hasse ich ja über alles Ich nehme einfach mal an Das alle so mit Puh Oh, was hat der schon wieder geschluckt? Ach, das war ja so ein Mega-Zombie Weg jetzt Huuuuh Alles weg Jetzt, ja Was, alter Alter, alter Oh 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 Was hab ich da? Kf Alter Hier brennt was Huuuuh Das gefällt mir ja ganz gut gar nicht Boah Hoho, warum? Warum? Oh, ein Ironbow Ein Iron-Bow Ein Iron-Bow Ein Iron-Bow okay das bräuchte vielleicht scheiß Bodein, bleibt hier weg macht das, macht das eigentlich was? das macht mir entscheidend keinen Schaden, oder? hoch macht es mir du wirst mich verarschen du scheiß Skelett wirst du daun, ey was ist das? Telepaziert oh oh, was macht hier eine Fledermaus alter wenn ich da aber gleich irgendein Rüstungsteil kaputt geht, da bin ich wahrscheinlich gleich so am hoch okay, das sieht gut aus Living Metal ich muss googeln lass mich googeln Living Metal Google schneller hab ich doch hab ich doch richtig geschrieben, oder? Living Metal ja, ja ja so, äh Living Metal ist die Teil der rrrr ok was heißt n Okay, und der Fug. Ich muss mal die Fledermars abschießen. Okay, das ist nicht... Das ist, glaube ich, schlechter als Iron. Soweit ich das lese. Kann das sein? Oha! 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 Lass mich weg! Warte, ich muss mal lesen jetzt... Living Metal has a connection with... ...lalalalalalalalalala... Okay. Hexical is a... Zwei Big Peck... Oh, es wird immer besser. Oh, ich alles gar nicht. Weiß ich gar nicht, für was ich das alles mitnehme. Oha! Ich sehe nichts, ich sehe nichts! Was sind das, was sind das? Crystal Bow... Okay, ich glaube, der ist gut. Ich glaub's aber bloß. So, eine weg. So, eine weg. Oh, wie weit geht das noch runter? Genau so wie ein großer Tun nach oben wahrscheinlich, oder? Schätzt dich mal. Schätzt dich mal. Ich muss die Truhe noch leer machen. Und, kommt da mal einer? Ne. Ne. Das ist ein Slimes-Wort. WTF? Ne, Wind-Essenz. Oder Wind-Stuff. Was ist denn das? Loll. Loll. Ja, wie geil.